Ist auch Ihr Schrank zu voll und unübersichtlich? Textilien kompakt und geschützt aufbewahren. Mit dem Vakuumsystem von Venco schaffen Sie spielend bis zu 75% mehr Platz im Schrank. Die Handhabung ist einfach. Den Vakuumbeutel füllen, verschließen und mit Hilfe eines Staubsaugers die Luft durch das Ventil absaugen. Der Inhalt wird auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Anschließend das Ventil gut zudrehen. So lässt sich Ihre Saisonkleidung, Decken, Kissen und vieles mehr ideal und platzsparend aufbewahren. Die Textilien sind außerdem optimal geschützt vor Feuchtigkeit, Schmutz, Geruch und insbesondere vor Motten. Zur Entnahme des Inhalts den Beutel einfach öffnen. Die Textilien erhalten automatisch das ursprüngliche Volumen zurück, sind knitterfrei und geruchsneutral. Vakuumaufbewahrung von Venco. Venco. Die bessere Idee. Hier in Leere законen ist ein veux玩werber. Es ist bevor wir Nachts denkst. war Coach, dass wir nicht nur die hoheberschenen. Vakuumaufbewahrung von Venco. Es muss mehrmals überkleicht sein.